Mein Name ist Christian Groth, ich bin der Inhaber der Fitness- und Physio-Family aus Koblenz. Wir haben ein Fitnessstudio und eine Physiotherapie mit insgesamt 15 Therapeuten. Und ich bin zum ersten Mal heute auf dem Aufstiegskongress und bin sehr angenehm, begeistert, wie harmonisch und freundschaftlich und familiär das hier abläuft. Mein bisheriges Highlight war der Vortrag von Thomas Kämmerling, wie Fitness und Physio zusammenpassen. Nicht, weil es mich inhaltlich weitergebracht hat, sondern weil es mich darin bestätigt hat, dass wir mit unserem Geschäftsmodell auf dem richtigen Weg sind. Ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht so geschaut, was als nächstes kommt. Thema BGM finde ich ganz spannend. Da werde ich gleich mal reinlinsen und in der Hoffnung, dass sich irgendwas ergibt.